Der 100-Jährige Rosenstock Das lernt ihr jetzt in der nächsten Folge vom Frühstücksfernsehen mit saure Gurke Der 100-Jährige Rosenstock Der 100-Jährige Rosenstock Und das licht sie auch nicht Niemals Nur mal so ein bisschen aber Oh ich hab Genickschmerzen Kannst dich erinnern auf, ähm, wie heißt's, Guy Block da, die Spitzhacken wo wir mitzubenannt haben Ja, da hab ich eine Spitzhacke Opa spielt genannt Ey Auf Kraftesstübchen Opa hackt Ich hab mal ne Frage Wo sind denn die ganzen Dias? Äh Ich hab noch sieben Ja gut, weil ich brauch jetzt nicht unbedingt Äh, das Eisen ist komplett weg Oder Äh, das Eisen haben wir noch 40 Also wir müssten Mal wieder in der Mine Essen hat sich hier in der unteren Tor gar nichts Und ich hab gemerkt, dass Die Mauer ist ein bisschen unsymmetrisch Welche Mauer? Ähm, die von der Vom unseren Lager aus Achso Ja und Ich bin so ein Semitre-Fuzzi Ja Das sieht aus wie so ein modernes Sumpf aus Also richtig geil Die Idee Ich weiß ehrlich gesagt selber immer noch nicht, was das finden soll Aber ist ja egal Du hast vorhin gefragt Offline, wie viel Zeit ich brauche Um an so einer Folge zu arbeiten Ach ja, genau Äh, ja Ich hab ja dann Sag mal, wenn ich so zwei Stunden aufgenommen habe Was bei mir so ein Aufnahmesession ist Ja Dann brauche ich natürlich noch mal zwei Stunden, um die Folgen mir noch mal anzugucken Ich schreib ja dann Reinhalsangaben dazu Oh Unter jede Folge Mehr oder weniger ausführlich Und dann wird das geschnitten Am besten immer dann, wenn man schläft, finde ich Ja Ja, das finde ich cool Also das mit dem Dass du dann im Bett da Nach dem Aufstehen dann schneidest Die Folge Ja, das bietet sich ja richtig an Also Äh, was ich sehe ist Wir haben nur noch zehn Eisen Ich weiß nicht, wo du das andere Eisen hast In dein Inventar, oder? Äh, ja Ach ja, gut, gut, gut Ich hab mir ja schon Spitzhacken geholt Eisenspitzhacken, wo wir noch verzaubert hatten Moment mal kurz und nicht sprechen, weil Dann hört ihr euch doppelt Warte mal kurz Oh, äh, ich musste mein Etz kurz stumm stellen, weil meine Mutter reinkam Typisch Hab ich's überhaupt wieder angemacht? Ja, hast du Ja, wir hören dich Okay, gut Ich dachte jetzt, ich für Selbstgespräche Ja, das kann auch passieren Bei Minecraft Das ist mir schon passiert Da hab ich aufgenommen und dann Jetzt hast du gerade Äh, ja, ja, ja Die Folge hab ich auch gesehen Hab ich auch gesehen, ja Da hast du danach erzählt Und dann hast du die ganzen Abonnenten aufgezählt und Ja, ja Nee, aber nicht Hast du dann gesagt Und an der Stelle ist Audias die abgebrochen Oder so Richtig Ich weiß auch nicht, was da passiert ist Aber So, was soll ich jetzt machen? Äh, weiß ich nicht Ich guck hier grad sinnlos in der Werkbank So Äh, da ist das Eisen wieder Ich könnt mich doch sinnlos runtergraben Bisschen nach Eisen oder so suchen Du könntest in unseren Minenschacht gehen Oder ein paar Höhlen erkunden Kohle haben wir genug Und Eigentlich nur Eisen Weil ich weiß nicht, ob wir das jetzt Oh, ich hab ihm gar nicht das Diamantschwert gegeben Oh Mann Okay Eins Drei Drei So Nach einem weiteren Schnitt Oder Wie auch immer man das nennen kann Cut Oder noch einen weiteren Serverabschluss Wieder da So Und Ich hab grad ne Frage gestellt Ähm Außerhalb Außerhalb Von der Aufnahme Die ich gerade wieder vergessen habe Hehehe 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 Hm, ach, was war's denn? Doch Mann Hat noch irgendjemand Fackeln? Ja, ich hab ne 19 hier Ja, jetzt weiß ich mal wieder, was ich machen wollte Ich bin hier, wo die zwei Erdblöcke so stehen Ach, egal Oh, daneben geworden Hier bin ich Ich meine ja ihn Die Norbert Was? Äh, hier Ich hab's Nein Das ist ja mit So Äh, ach so Du bist es ja Äh, hier Mosebert Ja, ja Danke, danke Äh, nee Ich hab's ja noch gar nicht richtig gegeben Dann trifft das So Jetzt Ich dachte, du wärst Luca Deswegen hab ich Nein Nee, noch nicht Ich will Fackeln haben, bitte Ich mach Strip-Mining Oder wie man es nennt Hier Du kannst, äh, du kannst auch ohne Licht reingehen Ja Ich weiß, aber trotzdem Ist ein bisschen dunkel, ne? Ja, er nimmt ja nicht Es ist auch ohne Aufnahmen Es schnürt ja nicht auf Von daher Na gut Mach ich nur schnell das Zwei Etagen Nein Bin ich hier runtergefallen Ich fand das geil, wenn wir mit deiner kleinen Schwester aufgenommen haben Das war so geil Okay Haben auch viele geschrieben Ähm, bitte nochmal mit Schwester Äh, war ganz schön cool Und so Ähm, eine Folge lang Ähm, Bedcraften So Legendär Okay Ähm So Auch mit zufällig Gieß Ich weiß es nicht Hm? Ähm, wenn ich Ich bau dir gerade was Kleines Wo ich dir ein bisschen Holz reingetan hab Oh, dankeschön Das ist sehr freundlich Womit hab ich das nur verdient? Hm Weil du so ein netter Mensch bist Ihr kennt mich ja gar nicht richtig Hahaha Hahaha Das, der war gut Ähm Ne Man weiß ja nie Richtig So Da sind noch Holz Ach, genau So Jetzt noch mehr Holz Birkenholz Geht in die Höhle Warte Das sieht cool aus Und ähm, ich hab bemerkt Du sprichst manchmal einen kleinen Dialekt Kann das sein, dass du in Nähe von Mecklenburg, äh Wohnt oder so? Nein, aber Ähm, die Mecklenburger sprechen ja so ein bisschen platt, ne? Ja Und ich hab früher sehr gerne das alte Ohrenseuchtheater geguckt Das ist so eine Fernsehsendung gewesen So ein Hamburger Dialekttheater war das Ja, und außerdem komme ich aus einer Gegend, das südliche Niedersachsen, da spricht man auch so ein bisschen Äh, norddeutscher halt, als man Und ich kann natürlich auch die Stimme festellen und dann denkt man, ich rede wirklich so nicht, aber das ist dann halt nur festellen Nee, ich komm auch Mecklenburg Ja, ich ja nicht Also, äh, du kommst ja nicht, deswegen, ja Ich ja nicht Verweckst dir hier wieder alles So, die Höhle habe ich glaube ich erkundet oder, naja, die kommt die Kohle hier nämlich auch mit Ja, ich komm aus der Stadt mit dem tausendjährigen Rosenstock, ne? Äh, Rosenstock Ja, nicht nur Sag mir nichts Tausendjährigen Rosenstock Äh, Hildesheim ist das, da bin ich geboren am südlichen Niedersachsen bei Hannover Oh, sagt auch nichts Hannover sagt dir nichts Ja, doch Doch, doch, Hannover, ja Ja, und Also, wir wohnen in der gleichen Stadt Wir können unser Haus sehen Also, ich und Luca Ja, ja, und, äh Oder Luca und ich 30 Kilometer weg Von Hannover ist Hildesheim Was hat er denn da reingetan? Ah, das ist gut Ähm, ich hack dir gerne noch mehr Holz Ne, das ist schon gut, ja Brauchst du noch irgendwelche speziellen Holzarten, weil dann gehe ich in den Winterwald oder sowas In den Winterwald? Ne, ne, ich kenne ja die neuen Holzarten noch nicht Habt ihr die schon drin? Von 1,7 Ne, ich auch noch nicht Also, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich eine verbackte Version hatte oder irgendwas Da waren die Bäume so, äh, so schräg aufgebaut Das sah voll scheiße aus Das nennt man Palmen Jo, Palmen Nein, jetzt, nein, die waren wirklich so einfach nur winklig nach drüben Äh, war das eine Savanne, oder? Ne, das war mitten auf einer Wüste Äh, keine Wüste, das war Ja, also Nein, keine Wüste, das war Erde, Dreck, auf mich auch immer Und Dirt Sprech Deutsch oder Englisch? Ey, Dirt ist doch, äh, Deutsch Wird doch, ähm Ja, ähm, ist das bei dir auch so, dass, äh, bei Minecraft, bei Erde, Dirt da steht? Äh, da gucken wir doch mal nach Ich glaub's ja gar nicht Natürlich seht ihr Dirt, wieso denn das? Ist mir noch nicht aufgefallen, ja, du hast recht Da steht Dirt Da steht Dirt Das ist natürlich verkehrt Ja, weil Dirt ist Englisch Genau Ist hier noch irgendwas? Die Dirt, die Erde Sag mal, darf ich mich zu euch teleportieren, weil ich hab die Hülle ausgebeutet Ähm, soll ich hier, ähm, ausmachen, oder? Oh Warte mal, ich lass das jetzt mal so Nicht, dass ich Ich geh mal zu unserem Schmelzofen, okay? Haus rumfusche Weil ich hab immerhin 39 Eisen, 63 Kohle, 62 Redstone bekommen Äh, soll das hier zugemacht werden? Was? Nein Der hier Das bleibt offen Okay Lass ihn einfach bauen Er wird schon sein Ding machen Nee, ich bin ja kein Skispringer Ich mach mein Ding nicht Huch, jetzt wär ich Beide runtergefahren Oh man, jetzt gibt's so viele Möglichkeiten Die Folge hier zu benennen Ah, hier ist noch Kies Ich hab ne Höhle durch Kies gefunden Also ne Höhle in ne Höhle Eine Höhlen, Höhlenhöhle sozusagen, ja Jo Du hast ein paar Du hast ein paar geile Sprüche Ja Ja, da bleibt einem ja auch nichts anderes übrig Als geile Sprüche, wenn man hier Ach man, oh Ja, so ein transportabler Fernseher ist doch was Feines Kann man nicht meckern Entschuldigung Ja Untertitelung des ZDF, 2020